Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer Labstufe Rot 1 auf Seiten der Sowjets. Und wir sind echt auf der Zielgeraden schon fast, also hier ist wirklich nicht mehr viel übrig von den Alliierten. So, jetzt haben wir wieder zwei Möglichkeiten, aber ich nehme mal hier die, einfach mal die Südseite Südfrankreich. So, schauen wir mal. General Cook-Off ist late. Wir haben noch etwas zu diskutieren, bevor er kommt. Nadia, das Teat ist gut. Danke, ich habe es mir vorbereitet. Danke. 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 Wirklich mit Traitors ist meine Aufgabe. Danke. 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 Die Spies report that the Allies are planning a major naval attack against us. You can cut them off at the refueling station. Land your MCV on a suitable island and destroy the Allies' base and refueling station. We must keep the area clear for our submarine operations. Go. No. General Cook-Off. No. Tell me about this Allied secret weapon that you found. The Chronosphere. The Chronosphere. No. 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 Oh. No. 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 Sie haben mal wieder gesehen, wie sich die Sowjetunion bzw. die SSR wieder weiter selber dezimiert und ja, also sehr interessant das Ganze, wie nach und nach jeder da abgeburkst wird. Erst die Generäle, die laut Stalin ihn verraten wollten und jetzt hier der Gradenkom. Und wo soll ich denn jetzt hier anlegen? Ich schläge einfach mal hier an. So, ich lasse die Spielgeschwindigkeit jetzt am Anfang erstmal nochmal unten. Gut, ein Bauhof. Sehr gut. Und ja, wie gesagt, also sehr interessant. Also es wird auch sehr interessant sein zu sehen, wie sich das Ding weiterentwickelt jetzt bald. Also ich kann es nur so sagen, es wird episch, Freunde. Ja, und hier ist jetzt ja zwar jede Menge Erz, aber ich sehe nirgendwo... Ah, doch, 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 hier. Ich glaube, ich kann mich erinnern, ja. Gut, die Oberte stelle ich mal hier unten hin. Weil hier müssen wir jetzt, glaube ich, die Seesperren errichten. Genau, ich glaube, das war hier mit der Basis. So, die fünf Männiken. Moment mal, nee, oder? Hä? Doch, hier. Hier kann ich die Basis aufbauen. Mach das direkt. Keine Zeit verlieren. Keine Zeit verlieren. Und, äh, ja. Sehr nice. Also, freut mich auch, dass sie wieder dabei seid bei Command & Conquer Lam Schufa Rot 1. Ach, es gibt doch nichts Schöneres, oder? Mann & Conquer spielt Zocken schön. Genau, die stehen schon mal ganz gut da. Die U-Boote. Ah, ich bin hier in der Ecke. Das ist ganz cool, eigentlich. Bin jetzt aber auch mal gespannt, wie die Map aussieht. Weil ich kenne die Map aus anderen Let's Plays. So, aber erstmal, ähm, muss ich die Spielgeschwindigkeit wieder ein bisschen erhöhen. Das ist mir doch definitiv zu langsam. So, dann speichere ich das mal ab unter Mission 11. Das ist, glaube ich, jetzt die viertletzte Mission bei den Russen. Ja, das kommt hin, so glaube ich sogar. So, dann erkunde mal mit dem Transportboot hier ein bisschen. Ja, das ist doch cool hier. Coole Ecke, auf jeden Fall. So, dann würde ich sagen, geht's mal weiter. Und ja, Freunde, wie gesagt, also, freut mich, dass das Spiel, äh, einen so großen Anklang findet. Ja, Command & Conquer, ich meine, die ersten Command & Conquers, die waren, finde ich, die besten. Also, Tiberium-Konflikt und hier, Larmstufe-Rot 1. Was ist das denn da? Hey! Yo! Da kommen ein paar Jeeps an, okay. Sehr interessant. Ja, komm. Ja, natürlich. Was machst du denn hier? Willst du ein bisschen Stress machen, ja? Ich merke das schon. Ich merke das schon. So, direkt Waffenfabrik. Ich glaube sogar, wir haben den Platz hier erstmal für uns allein, ne? Was, 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 was? Versuchst du da, ne? Unverschämtheit. Unverschämtheit. So. Na, egal. Komm, mach den kaputt jetzt, ja. Was ist das für eine Unverschämtheit? Einfach mal so ein Begrüßungskomitee. In Form eines Jeeps, okay? Ein Jeep. Na, ja, gut. Die Bucke ist einfach so geil hier. So, äh, wo war das denn jetzt noch? Also ich meine echt, dass hier irgendwo aus der Ecke Schlachtkreuzer später rausgespawnt kommen. Und, äh, das möchte ich definitiv verhindern, dass die uns abfucken. Und deswegen... Aha, schaut mal da! Da ist ein Transportschiff schon von ihm. Aber das... Hä? Okay, das ist weggeschwommen, okay. So, das Kraftwerk ist fertig, sehr gut. Das mach ich mal hier hin. Ah, jetzt mach schon. So. Dann direkt die Radarzentrale. So. Jo, Leute, dann geht's mal weiter. Ah, hier, die Karte zieht sich hier nach links, okay. Was? Ich hab hier... Da ist der erste Schlachtkreuzer da hinten, krass. Seht ihr das? Also da... Da ist schon der erste Schlachtkreuzer da. Ja, schön Edelsteine sammeln. Das ist eine ganz gute Idee eigentlich. Okay, da ist schon der erste Schlachtkreuzer. Das heißt, ich muss noch schneller sein. Hier, U-Boote, komm. U-Boote. Ganz wichtig. Kommt der? Nö. Der schießt nur auf meinen Transporter, okay. Ja, soll er versuchen. Du triffst nicht. Was zur... Da ist noch einer. Da ist direkt noch ein Schlachtkreuzer. Seht ihr das? Also hier, die Schlachtkreuzer, die gehen einem richtig auf den Piss. Ey, ey, ey. So, jetzt brauch ich Silos schon, alles klar. Ja, aber der trifft nicht, oder? Trifft der? Ja, der schießt auf meinen Sammler, ne? Ja. Aber der trifft nicht. Nicht sonderlich, nein. So. So, gut, egal. Ich brauch jetzt so viele U-Boote wie möglich. Einfach mal erstmal hier hinten. So, und dann direkt... Ich müsste eigentlich nochmal ein weiteres Gebäude bauen. Genau. Und zwar hier das Technikzentrum. Weil in dieser Mission haben wir zum ersten... Nicht sein Ernst! Pfff. Alter, jetzt... Hör doch auf! Mensch. Jetzt mach den Scheiß hier kaputt. Los. Was ist das denn jetzt hier? Alter! Schieß drauf! Mann, da ist dieser dumme Schlachtkreuzer. Ah, weg damit. Mach ihn weg! Oh, Mann. Alter Schwede. Ey. Alter, was ist hier los? Mensch, ich werd hier von allen Seiten angegriffen. Oh, Gott. Das ist weg. Sehr gut. Okay, und dann hier... Der Raketenwerfer kann man das Bäniken platt fahren. Oh. Holy shit. Holy shit. Es wird härter auf jeden Fall. Es wird härter, ja. So, egal. So, egal. Das haben wir nochmal abgewehrt. Sehr gut. Puh. Nicht ohne. Nicht ohne, Aniliter. Nicht ohne. Also du wirst auf jeden Fall stärker. So ein weiteres Großkraftwerk. U-Boote brauche ich hier un... On-Mass. On-Mass. Aber ich glaube, ich hab nicht unendlich Kohle, ja. Doch, hab ich. Aber die lädt sehr langsam nach. Okay. Ja, die Energie. Hab ich mir jetzt hier verbaut. Ah, doof. Egal. Dann pack die mal hier hin. So. Was baue ich als nächstes? Werkstatt, komm. Werkstatt. Und nächstes U-Boot. Und wir haben die Mammutpanzer 1700. Meine Güte. Ja, aber die haben es auch echt drauf. Also die Mammutpanzer... Ja. Bester Panzer der Russen. Sag ich mal so. So, dann haben wir hier 1, 2, 3, 4 Schiffe gegen... Ja, das könnte... Mit dem U-Boot reicht das. Dann mache ich die Frechheit hier unten gleich erstmal weg. So. Keine Kohle mal wieder. Ja gut. Aber ich warte mal auf den Mammutpanzer noch. Und dann baue ich gleich mal... Jetzt. Moment. Da kommt noch einer. Okay, das ist jetzt scheiße. Das ist jetzt richtiger Bullshit. Das Technikzentrum, ja. Das kann er mir ruhig wegnehmen. Das kann er mir ruhig wegnehmen, weil die Option bleibt. Shit, 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 shit. Ey, Mann. Ja, danke. Da seht ihr mal, wie krass die Schlachtkreuzer hier sind. Oh, Mann. Das muss... Bauhof! Oh mein Gottes Willen. Schneller. Mach den kaputt. Um Gottes Willen, ey. Oh, ich wusste gar nicht, dass die von zwei Seiten kommen hier. Ja, das schaffe ich aber. Jetzt schieß doch drauf. Fahr doch nicht dran vorbei. Ey. Alter Schwede. Das kann ja wohl jetzt immer nicht sein Ernst sein, oder? Puh. Boah, wenn er den Bauhof platt macht, ne? Dann hab ich verloren. Gut. Das... Oh, ho, 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 ho. Das haben wir abgewehrt. Okay. Technikzentrum ist weg, aber... Gut. Dann muss ich nach zwei Seiten sichern. Ich verstehe. Okay. Aber der hier, der macht ja erstmal nix. Das heißt, dann lasse ich den erstmal da. Boah, was für eine krasse Mission. Nicht schlecht. Wow. Das ist eine richtig anspruchsvolle Mission sogar. Die Träger sind hier anders gesetzt, als auf der anderen Karte. Also hier oben kommt einer auf jeden Fall her. Gut, dann baue ich jetzt erstmal U-Boote ohne Ende, ey. Ich muss mich erstmal auf den Bau von U-Booten konzentrieren, Freunde. Das geht gar nicht anders. Ja, das verstehe dich. Du reparierst dich mal, bitte. Da kommt... Jetzt nicht sein Ernst. Jetzt nicht sein Ernst. Jetzt kommt er noch von da unten. Ja. Verdammte Kacke, ey. Jetzt kommt er noch von hier unten. Alles klar. Okay. Hier ist man ja in der Dauerverteidigungsstellung erstmal. So, dann baue ich einfach mal eine Tesla-Spule. Dann brauche ich da oben schon mal nicht mehr verteidigen. Mit Panzern zumindest. Mach die Scheiße da weg. So. Verdammte Kacke. So. Nächste Artillerie wegmachen, bitte. Oh. Meine Güte, ey. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Krass. Krass. Fahrt ihr mal ein bisschen weiter hoch. Und du auch. Und du auch, bitte. Ich brauche dich hier oben. Hui. Nicht schlecht. Nicht schlecht. So. Tesla-Spule. Zack. Da habe ich da oben erstmal verteidigt. Das reicht erstmal eine Tesla-Spule. So, dann baue ich hier unten nochmal eine hin. Ja, genau. Ja, ich bin gerade ein bisschen verwirrt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das regelt sich schon jetzt. So, die U-Gurte hier. Die können man noch... Da ist der nächste. Da ist der nächste Wichser. Da ist der nächste. So, direkt drauf da. So. Direkt platt machen. So. So. Weg damit. Sehr gut. Sehr gut. Die U-Booten stehen gut da. Alles klar. So. Dann haben wir hier die nächste Tesla-Spule hin. Zack. Und direkt... Oh. Und direkt die nächste Energie. Alles klar. Meine Güte. Das war schon echt heftig gerade. Da war ich kurz vorm Abkratzen, ganz ehrlich. Wenn der da besser trifft, der Schlagkreuzer, dann sieht es richtig böse aus. Habe ich nochmal Glück gehabt, deswegen speichere ich das auch erstmal. So. Alles klar. Dann... Das Technikzentrum brauche ich jetzt nicht unbedingt zu bauen. Ich baue weiter U-Gurte. Und... Was bleibt... Helipots auf jeden Fall später. Silos auf jeden Fall. Und Silos, ja. Die Silos, die kommen mal hier hin. So. Der ist repariert. Sehr gut. Da habe ich mich gerade nochmal aus der Schlinge gezogen. Alter. Bitte was? Oh nein, bitte nicht. Oh nein. Okay, kommt ihr mal hier runter. Ich brauche euch hier. Der greift auch immer den Bauhof an, komischerweise. Jetzt schießt drauf. Schießt da drauf, ey. Ist mir scheißegal. Macht jetzt den Schlagkreuzer platt. Ja, Sir. Okay. Und dann den. Verdammt nochmal. Die Marinekämpfe hier, ey. Das ist so krass. So. Boah, zwei Trigger hier unten. Okay. Zwei Trigger hier unten. Heftig. Moment mal. Aber ich habe eine andere. Diese Trigger von dem hier, ne. So. So, ich habe aber eine andere Idee. Ich kann jetzt die Mix bauen. Warum an Mammutpanzer kommen. Jetzt habe ich hier oben natürlich gar keine U-Boote mehr, ne. Und meine U-Boot-Werft hat er auch platt gemacht. Ja, super. Toll. Oh Gott. Das könnte die erste Mission werden, wo ich, äh. ...failen könnte. Auf jeden Fall, ja. Und die Kohle, die reicht nicht mehr lange. Hier. Ne. Die Kohle, die reicht absolut nicht mehr lange. Und das hier unten, das, ja. Mammutpanzer, ja. Ne, komm. Erstmal. Ich muss erstmal hier die See verteidigen. Das ist viel wichtiger. Diese scheiß Schlachtkreuzer. Die muss ich unbedingt kriegen, ey. So, der nimmt 16 Minuten auf. Okay, das geht ja. Das macht Spaß, auf jeden Fall. Alter Schwede. So, jetzt kann ich zumindest erstmal hier die Spionageflugzeuge einsetzen. So, die zwei Tesla-Spulen, die stehen. Das ist schon mal gut. Da kommt hier oben erstmal... ...nicht mehr so schnell was rein, ey. Nur hier unten muss ich extrem von der See absichern. Extrem. Und, äh, ja, dann stelle ich die einfach mal hier hier hin, jetzt, die U-Boote. Ach, Mensch, Freunde. Das ist schon so eine Sache hier mit C&C. Schon krass, ja. Weiter U-Boote, komm. Ich bin fast dran, gedacht, äh, fast drauf und dran, hier noch eine zweite U-Boote-Werft zu bauen. Damit sie sich schneller vom Stapel rollen hier. So, gehst du mal da hin, bitte. Ja, wir haben jetzt erstmal ein bisschen Ruhe vor dem, vor dem Penner. Dann spionieren wir mal bitte hier, was wir noch hier haben. Ha, ha, ha. Sehr gut. Nichts da. Nichts da. Oh. Hä? Was? Hier ist die Basis schon von dem? Was ist das denn? Höh. Okay. Deswegen diese ganzen Schiffe hier. Krass. Okay. Hm. Das ist eine ganz andere Karte, wie die ich gesehen habe. Auf jeden Fall heftig, ja. Auf jeden Fall heftig. So. Hier unten kam auch noch ein Spawner irgendwo raus. Also ich muss hier echt mit U-Boote alles zukleistern. So, dann haben wir jetzt hier fünf Stück stehen. Das müsste reichen. Ja, die Kohle, die ist weg. Die Kohle hier, die ist jetzt erstmal weg. Aber dafür habe ich hier oben dann jetzt Ruhe, weil dann ist die Basis gar nicht hier oben, sondern hier unten komischerweise. Okay, krass. Ja, also... Hier muss man auf jeden Fall auch mit Transportbooten spielen. Also mit Transportern. Oh yeah. Das sieht doch schon mal gut aus. Das sieht doch schon mal richtig geil aus. Edelsteine, ja. Und ihr Sammler? Ja, du sammelst bitte Edelsteine ein. Ist jetzt ganz wichtig, Freunde. Ich brauche unbedingt Kohle für neue U-Boote. So. Spionage. Alles klar, das brauche ich auch hier. Ganz dringend. Geh mal hier hin. Edelsteine. Sehr gut. Da ist der nächste Schlachtkreuzer. Da ist der nächste Schlachtkreuzer. Oh. Egal, das war nur Maniken. Alles klar. Ah, okay. Hier muss ich ab. Hier muss ich blocken. Okay, ich verstehe schon. Gut. Dann ist das anders gesetzt hier. Okay. Da schießen irgendwie wieder nur zwei Stück drauf. Aber ist egal. Gut, da kann ich hier oben ab. Das ist noch einer. Okay. Aber das ist egal. Okay, gut. So, weiteres U-Boot hier unten hin, bitte. Oh, sehr gut. Das sieht doch jetzt schon mal ein bisschen besser aus, Freunde. Ein bisschen besser. So, dann kann ich jetzt ein U-Boot und sogar eine MiG bauen. So, dann hier. Die Edelsteine. Nur die Edelsteine erst mal. Meine Güte. Ganz schön aufregend. Ganz schön spannend hier, ey. So. Jetzt hier die Edelstein-Farmer. So, da noch und dann passt das. Hier, ja. Hier muss ich irgendwie abblocken. Hier kommt irgendwo der Trigger raus. Ich weiß nicht genau wo, weil ich die Karte nicht kenne. Krass, das ist mal eine ganz andere Map. So, aber ich stelle die jetzt mal hier hin. Und das sollte doch dann reichen. Und hier unten auch. Und dann passt das doch, mein Gott, mit U-Booten. So, Freunde. Das speichere ich dann auch erstmal. Meine Güte. So, dann kann ich mich jetzt auf den Bau von Flugzeugen sogar konzentrieren. Krass. Okay, das ist gut. Oh, die Sammler. Die Sammler, ey. Wobei, ich baue sogar erstmal das Technikzentrum nach. Auch wenn ich gesagt habe, dass man das nicht unbedingt braucht. Aber, ja. Der Vorderständigkeit halber, ne. So, du gehst mal hier oben in die Edelsteine. Und du nimmst dir hier die Edelsteine. So, alles klar. Spionage Flugzeug. Sehr gut. Dann spion die mal hier bitte. Für mich. Ja, da kommen natürlich direkt Raketen raus. Ist klar. So. Ah, hier sind Brücken. Alles klar. Gut. Okay. Dann. Oh, geiler Hellmarsch. Ja. Mit etwas lauterer Lautstärke auf jeden Fall. So, das stand ja hier. Jo. Dann haben wir es, glaube ich, jetzt. Und dann direkt Flugfelder bauen weiter. Ja, der hat hier direkt seine Basis. Das finde ich sehr interessant. Voll nah dran auch im Übrigen. Also hier muss man jede Menge U-Mutte bauen, ne. So, weiter. Das passt jetzt hier, die Mucke. Schön zum Aufrüsten. So, genau. Ja, Mann. So, dann gibst du da mal die Edelsteine da. So, nächste. Ah, Energie, 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 Energie. Energie, 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 Energie. So, Großkraftwerk. Und ich baue schon mal ein paar weitere U-Boote. Einfach nur so zur Sicherheit. Und der sammelt mal wieder nicht nur die Edelsteine. Naja, ist egal. Ist egal. So, dann würde ich es mal sagen, Freunde. Dann geht es mal weiter. Ich schaue nochmal, warte, was das hier ist. Ah, nichts. Okay. Auf meinem Handy deswegen. So. Weiter Energie. So, dann gucken wir mal, was hier ist, bitte. Weil da sitzt ja anscheinend seine Basis. Probieren wir mal, ob der da hinkommt. Und der Bomber gleich. So. Der hat nämlich hier seine Basis. Das ist voll krass. Könnt ihr da drauf schießen? Ne, leider nicht. Dann Bomber. Na, schade. Egal. Ah, das war der Bomber. Die Einheit verloren. So. Meine Fresse. Hier muss man aber echt, äh, Dings haben. Aha. Aha. Was versuchst du? Haha. Vergiss es. Ich habe hier abgesichert, mein Freund. Der Sammler, der sammelt hier schön die Edelsteine weg. So. Weg damit. Ha. Genau richtig platziert da oben, ey. So. Dann würde ich mal sagen, jetzt mal weiter. Äh, ja. Ja, komm. Ihr müsst euch ja nicht, äh, nutzlos hier platt machen lassen, ne? Bomber hat nicht getroffen, ja, war klar. Das war klar. Ja. Dann. Ja. Hier ist eigentlich, äh, safe, würde ich mal sagen. Gut. Dann, äh, geht ihr mal bitte reparieren einfach. Ja, das ist eine gute Idee. Oh, sechs Flugfelder. Krass. So. Dann brauche ich erstmal die Mix. So, die fünf Männiken, beziehungsweise vier Männiken, die noch über sind. Aha. Aha. Wie können wir hier drauf schießen? Nicht nur mit einem. Mensch. Ja, das, das geht irgendwie nicht. Ja gut, dann lass halt nur einen drauf schießen. Komm, ist okay. Was macht ihr denn, ey? Ich brauche Edelsteine. Jetzt. Gibt Kohle weg und die ist direkt weg, ey. Oh, Mann. Oh, Mann, Mann, Mann. Ach ja, ach ja. Der ist doch fertig. Warum? Naja, egal. Der schießt weiter, der schießt weiter, alles klar. Cool. Ja, dann passt das doch. Hab ich hier die zwei Mix, die können wir die Frechheit da kaputt machen. So. Dann die dritte Mix auch noch hinterher. So. Ja. Ja, weg damit, sehr gut. Okay, also das ist eine andere Map. Es ist eine andere Map. Okay, ich verstehe schon.